Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich mich mal der Hautpflege widmen, und zwar der Hautpflege im Winter. Denn im Winter benötigt unsere Haut eine andere Pflege als im Sommer. Eine spezielle, eine reichhaltige Pflege. Denn, damit die Haut im Winter nicht austrocknet, rissig und spröde und schuppig wird und wirkt, sollten wir reichhaltige Cremes benutzen mit natürlichen Ölen. Die, oder besser gesagt mit pflanzlichen Ölen, die der natürlichen Lipidschicht der Haut ähneln. Kälte, Wind, kennen wir alle, ne? Die wahnsinnig trockene Heizungsluft strapaziert unsere Haut. Sie strapaziert unsere Haut so sehr, dass viele Frauen, die selbst eine unkomplizierte Haut haben im Sommer, sagen, oh Gott, meine Haut, die wirkt jetzt so rissig, schuppig, vielleicht raue Stellen, sie wirkt fahl. Dann bedarf es einer besonderen Pflege, denn man kann sie auch falsch pflegen. Bei Kälte verengen sich die Blutgefäße, das heißt, die Durchblutung kann nicht wie gewohnt so stattfinden. Die Folge ist, dass sich die Haut langsamer erneuert. Sie wirkt blass, rau, schuppig, müde und manchmal kriegen wir sogar Pickel, ne? Also, klar, wenn die Haut rissig und trocken ist, ist die Schutzbarriere gestört und dann können Bakterien eindringen und schon haben wir einen Pickel. Das ist ein Prozess, der passiert einfach. Hinzu kommt vielleicht noch Stress oder was auch immer oder irgendwie eine ungewohnte Ernährung. Das heißt also, die Talgdrüsen stellen ihre Arbeit ein und bilden keinen schützenden Fettfilm mehr. Ja, und hinzu kommt, wie gesagt, ich kann es immer nur wieder betonen, die Heizungssuft, in der wir uns ja, wir befinden uns ja im Winter immer in warmen Räumen. Ist ja logisch. Oder wir sind in der Kälte draußen. Und dieser Stress zwischen warm und kalt und vielleicht zu heißes Wasser, auch bitte nicht zu heißes Wasser benutzen, immer nur lauwarmes Wasser, weil das strapaziert die Haut und besonders im Gesicht. Wir haben ja eine sehr feine Gesichtshaut und wollen den Alterungsprozess ja so ein bisschen entgegenwirken und jetzt nicht unbedingt ihn noch begünstigen. Also eine reichhaltige Pflegecreme ist besonders wichtig. Sie muss wirklich reichhaltig, also Feuchtigkeit auch, aber auch reichhaltig. Aber darauf komme ich gleich zum Schluss. Angefangen oder fangen wir mit der Reinigung an. Die Reinigung ist natürlich immer wichtig, logisch, aber gerade im Winter solltet ihr morgens das Gesicht immer nur mit lauwarmem Wasser waschen. Nicht so viele Waschgel und Reinigungsschäume benutzen oder eine milde Reinigungsmilch. Was ich mache, ich benutze Rosenwasser. Also ich nehme einen großen Wattepad und gebe mir da großzügig Rosenwasser auf und reinige mein Gesicht. Also so nach dem Schlafen, logisch, man will sich ja ein bisschen frisch und munter fühlen und keine oder nicht zu stark Alkohol, also so alkoholische Tonics auftragen. Also ich empfehle immer Rosenwasser, Thermalwasser, Traubenwasser, irgendein Wässerchen, was euch beliebt. Kaum Alkohol. Peelings, nur ganz milde Peelings benutzen. Nicht so scharfe Peelings mit so scharfen Schleifpartikelchen. Vielleicht ein Enzym-Peeling oder ein ganz, ganz, ganz mildes Peeling. Auch wichtig, unsere Hände. Handschuhe tragen ist im Winter ganz wichtig. Denn bei Kälte entzieht der Stoffwechsel als allererstes den Händen die Wärme. Also die Gefäße verengen sich. Und das heißt nach dem Waschen immer häufig eincremen. Und vielleicht ist es eine Hilfe dabei zu bedenken, dass hier oben, also auf dem Handrücken, da gibt es keine Talgdrösen. Also immer schön die Händchen eincremen. Auch wenn ihr denkt, nee, zu viel Creme kann man eigentlich nicht. Aber eine gute Handcreme benutzen, die vielleicht nicht so sehr fettet. Und eine Handmaske kann ich auch empfehlen. Lippenpflege ist auch ganz wichtig. Immer einen schönen Lippballen benutzen mit pflanzlichen Ölen. Es zu vermeiden, die Lippen abzulecken, dann werden sie noch trockener. Also und pflegende Lippenstifte benutzen ist auch ganz wichtig. Also diese, es sind ja diese matten Lippenstifte auch sehr in. Und ihr müsst darauf achten oder solltet darauf achten, dass sie nicht zu trocknen. Also noch mehr eure Lippen austrocknen. Vielleicht ab und zu ein Lippenpeeling machen, kann man sich selber machen. Mit ein bisschen Öl und ein bisschen Honig und ein bisschen braunem Zucker. Hatte ich auch schon mal ein Video dazu gemacht. Die Räume befeuchten ist auch ganz wichtig. Ökologisch gesehen, wenn ihr keinen Luftbefeuchter haben wollt, viele Grünpflanzen reinstellen in die Wohnung oder ins Haus. Und lüften ist ganz wichtig. Ganz wichtig, Stoßlüften. Also nicht nur mal so kurz ankippen, sondern alle zwei bis vier Stunden empfiehlt es sich, richtig gutes Fenster aufzureißen und ein paar Minuten durchzulüften. Erstmal wird die verbrauchte Luft geht raus und der Raum oder das Haus erwärmt sich auch wieder viel schneller. Und ihr habt nicht diese trockene Luft. Was auch wichtig noch ist, ist Sonnenschutz. Sonnenschutz im Winter, wenn ihr jetzt Skifahren geht oder generell wenn ihr draußen seid und die Sonne scheint. Man darf das nicht unterschätzen im Winter. Im Winter kann man sich nämlich auch einen Sonnenbrand holen. Also eine Sonnencreme benutzen und vielleicht auch hier die Hände mit eincremen. Was empfehlenswert ist, unterstützend zur normalen Hautpflege, ist eine Kälteschutzcreme. Eine Kälteschutzcreme speziell, die man über die normale Pflege darüber gibt. Ich habe jetzt hier eine Kälteschutzcreme, die habe ich ausprobiert von der Firma Dolten. Diese Kälteschutzcreme versorgt die Haut im Winter ideal, wie sagen sie so schön, mit einer kälteabweisenden Wirkstoffkombination aus Shea Butter und Jojoba Öl. Und diese Creme legt sich wie so ein schützendes Mäntelchen um oder auf eure Haut. Ich meine, wenn wir frieren, ziehen wir auch einen Mantel an. Ich finde es ein schöner Vergleich, ein schützendes Mäntelchen. Dass sich so eine Creme wie ein schützendes Mäntelchen über unsere Haut legt, um sie eben vor Kälte, vor Wind, vor Nässe, vor was auch immer zu schützen. Diese Creme kann man, wie gesagt, im Gesicht auftragen. Man kann sie auch für die Hände benutzen. Sie schützt die Haut vor Juckreiz, vor Rötungen, vor Feuchtigkeitsmangel, vor diesem Spannungsgefühl. Also ich würde diese Creme jetzt nicht alleine benutzen. Ich würde diese Creme, das ist so, wie ich es mache, ich trage sie auf meine normale Tagespflege auf. Bevor ich jetzt mir die Foundation auftrage, benutze ich diese Kälteschutzcreme. Also ich hatte sowas noch nicht. Ich habe mir gedacht, gut, man kann auch diese mit diesem Manuka-Honig, diese Age Perfect, die kann man auch benutzen. Die habe ich auch schon benutzt. Und was jetzt auch, wem das vielleicht zu teuer ist. Er kann auch jetzt ein Gesichtsöl auftragen. Zum Beispiel habe ich hier von der Firma Diaderma ein Karottenöl. Also Karottenöl muss man mögen. Das hat einen sehr speziellen Geruch, kostet so um die 6 Euro. Ein Öl immer, also dieses Öl bildet ja auch so einen schützenden Film auf der Haut. Aber zu beachten ist, dieses Öl auf die feuchte Haut aufzugeben. Jetzt nicht so, wenn die Haut schon so trocken ist. Also wenn ihr euer Gesicht tonisiert habt oder mit so einem Rosenspray eingesprüht habt. Auf die feuchte Haut dieses Öl geben. Der Vorteil ist beim Karottenöl, dass auch dieses Öl so einen schönen, leicht gebräunten Ton hinterlässt. Durch das Karotin. Es riecht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich bin damit eigentlich auch ganz zufrieden. Ich habe bisher, wie gesagt, drei Sachen im Angebot, die ich so im Wechsel benutze. Und ich bin von dieser Creme wirklich angetan. Weil die, ich habe sie, wie gesagt, für die Hände schon benutzt, im Gesicht. Und ich leide zum Beispiel darunter, dass ich ganz schnell eine rote Nase bekomme, wenn es kalt draußen ist. Und diese Creme, die schützt wirklich Verrötungen. Besonders geeignet auch für Frauen, die jetzt unter Couperus leiden. Das kennt ihr wahrscheinlich auch, denn wenn es kalt ist, dann kommt das so richtig raus, diese Rötung. Und wie gesagt, diese Kälteschutzcreme, die legt sich wie ein schützendes Mäntelchen über unsere Haut und schützt sie. Und das wollte ich euch eigentlich einfach nur mal so mitteilen jetzt im Winter. Ich kann ja auch schminken, ich kann euch auch kochen, ich kann auch euch Sachen vorstellen oder was ich wegschmeiße oder was ich eingekauft habe oder was ich aufgebraucht habe. Aber ich finde es ganz wichtig eben auch, die Hautpflege oder der Hautpflege besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Weil die Schönheit, was nützt uns all die Schminke, wenn unsere Haut nicht in Ordnung ist. Und das merkt ja jede Frau selbst, wenn irgendwas nicht stimmt. Und wie gesagt, auch die falsche Pflege kann dazu beitragen, dass ihr auf einmal im Winter ein ganz merkwürdiges Hautgefühl habt. Wenn ihr zum Beispiel meint, naja gut, ich habe jetzt eine fettige Haut, also ich nehme jetzt nur Feuchtigkeitscreme. Trotzdem braucht die Haut auch ein bisschen Fett. Weil dieser Fettfilm, wie gesagt, da die Talbdrüsenproduktion ja etwas langsamer arbeitet im Winter, dass die Haut von außen so einen natürlichen Film, so einen Schutzfilm, dass der Haut so einen Schutzfilm übergelegt wird. Vielleicht kann man das so ganz gut erklären, sich das so bildlich vorstellen. Also ein Schutzfilm. Und wenn ihr das Gefühl habt, mein Gott, dann glänze ich aber, dann könnt ihr ja mit so einem Kosmetiktuch drüber gehen oder mit diesen blattigen Paper-Tüchern, bevor ihr euer Make-up auftragt. Also, Winterschutz für die Haut ist ganz wichtig. Schaut mal nach, ob ihr irgendwelche Gesichtsöle habt, die ihr vielleicht verwenden könnt. Oder ich verlinke auch gerne diese Kälteschutzcreme von der Firma Dalton. Auch diese L'Oreal mit Manuka-Honig ist auch eine wunderbare Kälteschutzcreme. Oder eben auch einfach ein Karottenöl. Ihr könnt auch ein Rosenöl nehmen oder ein Jojoba-Öl oder was auch immer ihr für Öl habt. Oder ein Mandelöl. Man kann vielleicht auch dieses Öl so ein bisschen in die Creme mit einarbeiten. Ja, ist auch eine Idee, dass man das so ein bisschen mischt auf dem Handrücken. Wenn ihr das Gefühl habt, nee, ich möchte mir jetzt nicht das Öl auf die Haut geben. So, ihr Lieben, in diesem Sinne wünsche ich euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch und wirklich ganz, ganz besonders gut zu eurer Haut. Sie wird es euch danken. Tschüss.